Hallo miteinander, ich bin wieder mal unterwegs für euch. Heute in Oberglatt. Oberglatt liegt im Bezirk Tilsdorf, direkt am Flughafen. Das Haus, das ich euch heute präsentiere, hat knapp 530 Quadratmeter Grundstücksfläche, 110 Quadratmeter Wohnfläche. Wie ihr seht, hat man einen grossen Vorplatz. Es hat einen Platz für vier bis fünf Fahrzeuge. Man hat noch Einzelgarageboxen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Haus Nebendraht zu erwerben. Zusammen hat es knapp 900 Quadratmeter Grundstücksfläche. Es hat sehr, sehr viel Potenzial. Es liegt in einer Kernzone. Das heisst, man kann noch etwas ganz Neues realisieren, eine Erweiterung machen oder nach eigenen Wünschen noch etwas umgestalten. Und jetzt schauen wir das Haus von innen an. Kommt mit! So, da wären wir im Eingangsbereich. Gerade gegenüber haben wir die Eintinanzzelle mit Dusche und WC. Von hier gelangt man in den Obergeschoss. Das können wir dann später anschauen. Zuerst zeige ich euch noch das Wohnzimmer, Schlafzimmer wie auch die Küche. So, da sind wir im Wohnzimmer. Das ist aktuell mit der Küche unterteilt. Es besteht auch die Möglichkeit, die Wand wieder rauszunehmen, dass man eine offene Küche mit dem Wohnzimmer zusammen hat. Man hat auch noch einen Kamin verbaut und dank vielen Festern hat man eine helle Wohnraum. Direkt in der Mitte haben wir die Küche verbaut mit allen Gerätschaften. Rechts davon haben wir ein Weitenschlaf- oder Arbeitszimmer. Wir haben hier eine Türe mit einem direkten Zugang zum Sitzplatz. Und jetzt blenden wir euch noch den Keller ein. Mit dem Technikraum und der Wäschküche. So, jetzt gehen wir noch in den Obergeschoss, wo wir weitere Schlafzimmer und Nasszellen haben. Das schauen wir jetzt miteinander an. So, jetzt sind wir noch im Obergeschoss. Hier haben wir noch einen Estrich, den man noch ausbauen oder als Lagerung nutzen kann. Wir haben hier zwei identisch grosse Schlafzimmer. Dank der grossen Fäuste sehr hell. Ein weites Zimmer, das man als Arbeits- oder auch als Kinderzimmer nutzen kann. Die Massen wie auch die Massenzellen mit Badewanne und WC befinden sich ebenfalls auf dem Obergeschoss. Wir befinden uns hier im ausseren Bereich. Wir haben genügend Platz. Wir haben einen Gemüsegarten. Wir haben Wiese. Wir haben einen kleinen Teich. Einen Grillplatz. Es hat auch hier noch Potenzial, nach eigenen Wünsche noch etwas umzugestalten. Zusammenfassende Liebe. Wir befinden uns hier in Oberglatt. Bei diesem 5,5 Zimmer Einfamilienhaus. Und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich sehr gerne euch das persönlich zu zeigen. Und bedanke mich. Euer Dalyan von IMO Anker. Und hier nicht vergessen. Ein ist Anker, IMO Anker. Tschüss miteinander. 1,5-171-2016. 2,5-2011. 2,5-2013-2013. 2,5-2014. 3,5-2014. 3,5-2120.